Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Tobias Garzon. Ich bin Simon Lechthaler. Ja, wo sitzen wir? Am Bodensee. Richtig geil. Die Fische sind direkt auf dem Platz. Wir sind vor der Drohne geflogen. Einen 2 Meter Wels haben wir auch noch gesehen. Ihr habt es gesehen, der ist richtig rausgelaufen. Ja, nach langer Besprechungsphase haben wir uns entschieden abzutacken. Das bringt ja aber nichts. Ja. 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 Ja.